Wir haben unsere Finca über die Website von Finca Jorca gebucht. Die Buchung war total einfach und unkompliziert und es hat alles reibungslos geklappt. Das Haus ist genauso wie auf der Website beschrieben und unser Ansprechpartner vor Ort war super freundlich. Alles in allem hatten wir einen perfekten Urlaub und können euch allen nur die Seite von Finca Jorca weiterempfehlen. Ciao! Tschüss!